Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der CDU und CSU, das ist schon ein interessanter Ansatz, denn Sie hier fahren. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Das haben schon ihre Großväter versucht, übrigens damals auch schon mit den Melnyx und Banderas. Und was ist das Ergebnis? Unsägliches Leid, zig Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei davon stehen hier vorne und Sie sollten jeden Morgen daran vorbeigehen und sich daran erinnern. Die Russen haben über 10.000 Panzer, die können zwei Millionen Leute mobilisieren. Da machen 200 Marder oder 200 andere Panzer von uns überhaupt keinen Unterschied. Dieser Konflikt ist militärisch nicht zu gewinnen. Gleichwohl, gleichwohl hat dieser Konflikt einen Gewinner. Und das hat Gabor Steingart in Fokus wunderbar herausgearbeitet. Der Titel des Artikels ist, der Krieg in der Ukraine gewinnen die USA. Die USA gewinnen geopolitisch, sie haben ihre Einflusszone erweitert bis an die Grenze Russlands. Und sie gewinnen auch wirtschaftlich, sie profitieren von den Sanktionen und sie profitieren von den Waffenlieferungen. Wissen Sie das? Die Amerikaner verließen ihre Waffen an die Ukraine. Bloß ist die Ukraine pleite, sie hat gar kein Geld. Und was machen die Amerikaner dann? Das hat die Financial Times herausgefunden. Sie machen Druck auf die EU, damit die EU zahlt an die Ukraine. Und sie machen nicht nur Druck, damit die EU zahlt, sondern die wollen, dass wir denen das Geld schenken statt leihen. Und sie wollen, dass das möglichst in monatlichen Raten schön automatisch geht. Liebe Kollegen von der Union, Sie sollten nicht der NATO verpflichtet sein, nicht der US-Botschaft und auch nicht den amerikanischen Rüstungskonzernen. Sie sollten den deutschen Bürgern verpflichtet sein. Und die deutschen Bürger wollen diesen Krieg nicht, die deutschen Bürger wollen diese Eskalation nicht und die deutschen Bürger wollen diese Waffenlieferungen nicht. Und deswegen stimmen wir diesem Antrag nicht zu. Dankeschön.